Das WUG ist ein alternatives Kulturzentrum in der Weringer Straße 59 im 9. Wiener Gemeindebezirk Alsagrund. Geschichte Lokomotivfabrik Der Gebäudekomplex des WUG war anfangs eine Lokomotivfabrik, die im Jahr 1855 vom Schlosser und Industriepionier Georg Siegel auf dem damaligen grünen Himmel fortgrund errichtet wurde. An der Weringer Straße gelegen ließ sich der Direktor, wie es den frühindustriellen Gepflogenheiten entsprach. Einen Repräsentations- und Wohntrakt errichten. Ab 1861 war Sieglauch Eigentümer der Wiener Neustädter Lokomotivfabrik. 1873 musste er in der Folge des Börsenkrachs seine Wiener Neustädter Fabrik verkaufen und Teile der Wiener Fabrik untervermieten, wie zum Beispiel an die Elektrofabrik Kremenetzky und andere Unternehmen. Die Produktion wurde auf allgemeinen Maschinenbau umgestellt. Umgesetzt wurden nun Projekte der damaligen Wiener Hochkultur, wie zum Beispiel die Bühnenmaschinerie für die Wiener Staatsoper und Eisenkonstruktionen für die Votivkirche. Lehr- und Forschungsbetrieb Aufgrund der in den 1970er Jahren geburten starken Jahrgänge, dem sogenannten Bildungsboom und der überdies mittlerweile überalterten Infrastruktur und technischen Einrichtungen, wurde ein Neubau im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau beschlossen. In den Jahren 1979-80 war das neue Schulgebäude fertig und das TGM übersiedelte. 1970er Jahre Von den Besetzungen als Wendepunkt Am Marlinghaus die Stadtentwicklung der 1970er war geprägt von einer Abriss- und Neubaupolitik. Anfang der 1970er sollten großflächig Ensembles des Spittelbergs abgetragen und an deren Stelle Gemeindebauten errichtet werden. Bürgerproteste verhinderten das Vorest und der Spittelberg wurde 1973 unter Schutz gestellt. Die nun im Eigentum der Gemeinde Wien stehenden Gebäude waren in desolateem Zustand. Eine Renovierung des Stadtviertels war angekündigt. Im Sommer 1975 kam es zur Besetzung des Ammerlinghauses durch Anrainer aus der Nachbarschaft und einer Gruppe von Architekturstudenten und Künstlern. Sie forderten von der Stadt Wien ein Kommunikations- und Kulturzentrum zu ermöglichen und zu finanzieren, das mit einem Konzept der Selbstverwaltung betrieben werden sollte. Nach langen Verhandlungen mit den verantwortlichen Politikern rund um Kulturstadträtin Gertrude Fröhlich-Sandner und dem Akzeptieren einiger Auflagen, wurde drei Jahre nach der Besetzung im Frühjahr 1978 dem Verein Kulturzentrum Spittelberg das frisch renovierte Haus übergeben. Arena Mitte der 1970er begannen Planungen, nach denen der Wiener Naschmarkt einer Autobahn weichen und als künftiger Großmarkt an den Stadtrand übersiedelt werden sollte. Das Spittelbergviertel war zwar seit 1973 unter Schutz gestellt, verfiel zusehends weiter. Andererseits fehlten in Wien Orte für die Alternativ- und Gegenkultur, die nicht der Hochkultur-Susurechnen waren und fehlte es an ganzjährig betriebenen alternativen Jugendkulturzentren. Die Arena gab es seit 1970 und war im ursprünglichen Sinn eine Veranstaltungsreihe der Wiener Festwochen. Im Jahr 1975 wurde erstmals der Auslandsschlachthof, Teil des aufgelassenen Schlachthofs St. Marks, als Arena bespielt. Nach Willen der Wiener SPÖ sollte der Auslandsschlachthof von der Stadt Wien an die Textilkette Schöps übertragen werden. 1976 fanden Architekturstudenten der Klasse Peichel die bereits vorliegenden Abbruchpläne. Am Abend des 27. Juni 1976, dem letzten Veranstaltungsstark der Festwochen, wurde in der Arena das Musical Schabernack der Gruppe Misthaufen aufgeführt, das sich mit dem geplanten Autobahnstadt-Naschmarkt-Projekt auseinandersetzte. Nach dem Musical verteilten die Architekturstudenten Flugblätter mit der Parole, der Schlachthof darf nicht sterben, und die Besucher wurden aufgefordert zu bleiben. Zur gleichen Zeit wie die Veranstaltung in der Arena wurde an anderer Stelle des Schlachthofgeländes mit einem Fest gegen die Schleifung des Naschmarkts demonstriert. Die auftretenden Gruppen Schmetterlinge rund um Willi Resetteritz und Beatrix Neuntlinger und Kaif riefen nach ihren Konzerten ihr Publikum auf, in die Arena zu übersiedeln. Was als Rettungsaktion für den Naschmarkt begann, ging in die Besetzung der Arena über, die bis in den Herbst andauerte. Wiederum war es an Kulturstadträtin Fröhlich-Sandner eine Lösung zu finden, die den jungen Menschen die Chance geben, sich selbst zu verwirklichen. Andererseits aber die Interessen der Stadt Wien mit aufrechten Verträgen mit der Textilkette Schöps und einer Tiefkühlfirma einzuhalten. Die zwei Bürgerinitiativen zur Rettung des Naschmarktes und zur Rettung des Spittelberges brachten eine Art Trendwende in die Stadtpolitik. Mit einem Kompromiss im Gemeinderat wurde der Naschmarkt in der Form, wie er heute noch besteht, gerettet. Die Arena als selbst verwaltetes Kulturzentrum musste aber weichen und wurde ein Jahr später im kleineren Innern Schlachthof angesiedelt. An die früheren Erfolge konnte nicht mehr angeknüpft werden. Die Besetzung der Arena, die an diesem Abend des Juni 1976 ihren Anfang nahm, sowie schon ein Jahr zuvor die Besetzung des Ammerlinghauses. Die dem Beginn weiterer Besetzungen und daraus entstehende Selbstverwaltungsbetriebe wie das WUG einläuteten, kamen daher nicht überraschend. Was geht bzw. angeblich nicht geht, war jedoch nach Ammerlinghaus und Arena nicht mehr so klar. In Wien aber auch darüber hinaus gab es zahlreiche Projekte, für die im Grunde die Arena die Initialzündung oder den Durchbruch bedeutete. In Wien folgten noch die Hausbesetzung Gassergasse und durch die sogenannten EGIDI Spalos die Besetzung des Häuserblocks EGIDI Spalowskigasse in Maria Hilfdas WUG wurde in diesem Klima der 1970er als selbst verwaltetes Kulturzentrum geschaffen. Zum WUG Im Jahr 1978 als der Auszug des TGM bevorstand und bereits abzusehen war, dass die Gemeindeparteien die Immobilie sinnvoll als Grünfläche mit Tiefgarage oder als Wohnhausanlage verplanen wollten und der Bund an den Einzug universitärer Institutionen dachte, formierte sich eine Bürgerinitiative um das historische, denkmalgeschützte Ensemble zu erhalten und einer breiten Nachnutzung zugänglich zu machen. So trafen sich unter dem Motto Rettet das TGM Personen aus den Berufsbereichen der Sozialarbeit, Künste, Architektur und Lehrende, dazu Vertreterinnen aus Frauengruppen ebenso wie Studierende und bereits in Pension stehende Personen. Ziel war es, die inhaltlichen und materiellen Voraussetzungen für einen alternativen und autonomen Kulturbetrieb zu schaffen. 1979 wurde der Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser gegründet. Im Februar wurde mit einem ersten Parkfest auf sich aufmerksam gemacht. Wöchentliche Treffen fanden im Ammerlinghaus statt. Es gab Pressekonferenzen und Unterschriftenaktionen, Informationsstände und Postwurfsendungen. Ein Vereinsblatt WUG-Info wurde herausgegeben. Helmut Zilk, damals Kulturstadtrat, erkannte das Potenzial der Initiative und subventionierte den Verein mit 2.500 Schilling für die Öffentlichkeitsarbeit. 1997 erhielt das WUG bereits eine Subvention von 6,75 Millionen Schilling und für das Jahr 2013 wurden 130.000 Euro genehmigt. 1980er Jahre am 10. Mai 1980 wurde vor der Staatsoper ein Kehr aus der verstaubten Hochkultur abgehalten. Am 4. Juni folgte mit uns fehlt ein Dach über dem Kopf vor dem Gebäude des TGM, in dem zwischenzeitlich der schrittweise Verfall des geschichtsträchtigen Hauses einsetzte eine weitere Aktion. Ebenfalls 1980 wurde ein WUG-Mitgliederseminar in Bernstein zur Schulung in Organisation und Selbstverwaltung abgehalten. 1981 wurde das Gebäude des ehemaligen TGM durch Aktivisten des Vereins besetzt. Schließlich erfolgte die Schlüsselübergabe an den Verein unter dem Versprechen von Bürgermeister Graz dem WUG, das TGM zur provisorischen Nutzung zu überlassen. Auch bei Bundeskanzler Kreisky erregte das Projekt Aufmerksamkeit, der sich darüber informieren ließ. Es erfolgte die Besiedlung des Hauses von diversen WUG-Gruppen und Vereinen wie dem Verein Frauenkommunikationszentrum und es begannen erste Putz- und Restaurierungsmaßnahmen. Am 3. Oktober wurde das Eröffnungsfest abgehalten. Mit Datum 20. November erhielt der Verein eine Subvention in der Höhe von einer Million Schilling, für die Helmut Zilk als Privatbürger eingesprungen war. Am 10. Februar 1982 wurde in einer Generalversammlung ein zwölfköpfiger Vorstand gewählt, dem der Gründungsobmann Walter H. in A.T. vorstand, für das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben für alle und gegen alles, was dies aufhält. Anführungszeichen. Es folgten noch Plänen in unbeheizten Räumen, permanente Neuaufnahmen von Gruppen sowie Putz- und Aufbau-Bau-Wochen. Im Rahmen dieser Wochen putzte am 16. Juli auch Stadtrat Helmut Zilk ein WUG-Fenster. Veranstaltungen des Jahres 1982 waren antifaschistisch, solidarisch, pädagogisch, ohne Maulkorb, etwas frech und nicht zu bieder etc. und nannten sich zum Beispiel, das WUG ist kein Hotel, wer da aller auf die Chefs wartet. So wie von der Gruppe Atheismus das jüngste Gericht tagt nicht. Blummärkte, Blumenaktionen und das Kinderhaus Eröffnungsfest rundeten das Jahresprogramm ab 21. Jahrhundert. Heute beherbergt das WUG Proberäume drei Kindergruppen, eine Volksschule, eine Gesamtschule und ein Werk-College sowie einen Hort. Veranstaltungshallen, ein Café, Restaurant, Ausstellungsräume, Werkstätten, Ateliers und das Frauenzentrum. Auch die Flüchtlingshilfe Asyl in Not hat ihren Sitz und ihr Büro im WUG. Die über 400 Veranstaltungen an 1.000 Spieltagen ziehen jährlich über 80.000 Besucher an. 200.000 Menschen insgesamt besuchen und nutzen das WUG. Mit über 12.000 Quadratmetern Grundfläche gehört es zu den größten Einrichtungen dieser Art in Europa. Im Oktober 2011 feierte das WUG sein 30-jähriges Bestehen unter dem Motto WUG 30 und es wächst. Eine Woche lang präsentierte das WUG ein Programm entlang seiner Themenschwerpunkte, das von der Basis aus den Gruppen, Initiativen und Künstlern, die im WUG ihre Heim- und Arbeitsstätte haben, gestaltet wurde. Walter H. N. A. T. Walter H. N. A. T. gilt als Mitglied der Arena-Bewegung und einer der Gründerväter des WUG. Als Gründungsobmann war der im Jahr 1920 geborene Senior immer integrativer Teil zwischen den Generationen im WUG. Im Juni 2001 wurde der damals 81-jährige Obmann des Wiener Seniorenzentrums im WUG mit dem goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt. Am 1. Dezember 2009 verstarb Walter H. N. A. T. im 90. Lebensjahr. Ihm zu ehren wurde am 18. März 2010 eine Erinnerungsveranstaltung unter dem Motto Nicht locker lassen. Hommage an Walter H. N. A. T. und das WUG. Abgehalten WUG als Verein. Der Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser ist wie schon zu Beginn der Rechtsträger des WUG und wird von einem sechsköpfigen Vorstand geleitet, der die strategische Ausrichtung entscheidet. Alle zwei Jahre wird auf der jährlich stattfindenden Generalversammlung der Vorstand neu gewählt. Aktuell hat der WUG-Verein rund 630 Mitglieder. Im Wesentlichen setzt sich das WUG aus drei Teilbereichen zusammen. WUG-Kulturbetrieb mit den Programmsparten Performing Arts, Musik, Kinderkultur und der Kunsthalle Exnergasse. WUG-Bildung und Beratung, das seit 1983 Bildungs- und Beratungseinrichtungen für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen führt und initiiert. An neun Standorten in Wien und Niederösterreich unterstützten elf Einrichtungen und Projekte jährlich mehr als 2500 Menschen bei ihrem Einstieg in die Arbeitswelt angeboten werden Beratungen, Berufsorientierung, Qualifizierung und Beschäftigung. Die Selbstverwaltung, die neben dem Verein, dem WUG-Kulturbetrieb und WUG-Bildung und Beratung alle autonomen WUG-Strukturen und Aktivitäten umfasst. Unter dem Dach der sieben selbstverwalteten Bereiche bildende Kunst, gesellschaftspolitische Initiativen, interkulturelle Initiativen, Kinder- und Jugendmusik, Tanztheater, Performance und Werkstätten finden rund 150 Gruppeninitiativen und Einzelpersonen ihren Platz. Alle in den autonomen Bereichen zu fällenden Entscheidungen erfolgen in Basis demokratischen Entscheidungsstrukturen und in einem monatlichen Plenum. Punkt. Zitate.